Ich sag euch jetzt was von mir, zum Herzen raus, was ganz ehrlich ist. So viele Fehler wie wir machen. Es ist unglaublich. Wisst ihr was unglaublich ist? Dass ihr das Spiel auch noch gewinnt. Wisst ihr aber was das war? Warum das war? Weil er alle im Kopf halt normal war. Bis zur letzten Minute geglaubt hat, dass er gewinnen könnte. So viele Fehler kann man gar nicht machen. Aber ich habe das Helm gebogen. Und das ist das, was ich stolz bin. Alles andere können wir wieder erledigen. Ich muss sagen, bei dir haben wir alles richtig gemacht, Alexis. Aber es gibt aber noch ein paar Leute in der RB-Mannschaft, die funktioniert. Nur, die funktioniert dann, wenn wir wieder alle im Training sind und alle wieder an dem Strang ziehen. Und kein dummes Zeug machen. Jetzt haben wir doch einen richtigen Gegner geholfen wollen. Wir haben einen richtigen Gegner. Das nehmen wir jetzt mal als Aufbau. Feiern, das können wir alle. Das wissen wir. Die einen in der Nachtschicht, die einen da und Hurra und alles. Aber lasst uns jetzt die Mannschaft so sein, wie sie jetzt ist. Dann passt das auch. Vor allem so wie wir in der Kabine sind, so wie wir rauskommen und wie wir die letzten Minute spielen. Das ist nicht gut ab. Danke. So viel Herz, Robert. Bravo, Robert. Zwei Wochen, zwei Wochen. Das war nur bei der Zwischenzeit. Ja? Ja? Ja, das war auch nicht. Das war meine Mutter. Haben wir Gruden oder verloren? Gruden! Ja, Kack.